so hallo ich begrüße euch zu einer neuen folge hyrule warriors zeit der verheerung letztes mal weiß ich schon wieder gar nicht mehr ist wieder eine weile her aber ich bin sicher wir kriegen das raus was wir getan haben grad gab es ein system update deswegen muss ich das spiel neu starten und mein ton war weg aber es hat nichts mit der switch zu tun das war der fernseher ich habe den fernseher an und ausgeschaltet und dann war der ton wieder da keine ahnung was das war so da sind wir wieder den wunderschönen ladebildschirm ich muss auch sagen ich bin etwas müde aber wenn ich jetzt nicht aufnehmen ist wieder für die nächsten tage nix da was doof ist so jetzt ist der ton ganz hä ich hab doch gerade ton habe ich einseitig ton ist ja schon mal besser als gar kein ton muss ich hier in dem kabel noch mal drehen ach komm her ihr hört alles normal nur ich nicht so ein ding ist das perfekt so jetzt höre ich auch alles normal ok genau ich glaube wir haben gesagt wir haben einige nebenmissionen zu erledigen in dem die in dieser wir hatten die in den ja stimmt im wald der cox waren unterwegs und haben da quatsch gemacht und jetzt müssen wir mit maronus training machen na dann gehen wir mit maronus ins training guck mal halt mal was er kann na wir müssen ja mit dem spiel das hilft ja nix wenn er ein charakter ist ein spielbarer wird er sicherlich auch wichtig werden ich hätte trainieren können zu spät wird schon reichen so drückst du zr um zu tanzen noch gott ein dir die crocs zu hilfe die crocs folgen maronus für eine weile und kämpfe an seiner seite ach du schande nutze einen spezialangriff von fröhlich mit den crocs zu tauchen großartig oh gott ist ja langsam aber groß sehr groß oh mein gott kämpfe gegen hyrule soldat wir kämpfen gegen hyrule soldat das check ich jetzt erst jetzt kämpfe die für mich ja na gut also es wird mit kleinen k ist wirklich grundlos sein dass man für für 300 leute knapp zehn minuten zeit hat holisch schüttere wollen mein gott okay i guess so was kann a Nee Ach du Scheiße Boah, ich geh gleich schlafen Das ist doch furchtbar Ah, nee, das ist überhaupt nicht meins Also das Ich hoffe, der Ist nicht irgendwann wichtig im Spiel Das möchte ich nicht Ja, okay Schön die Hyrule Soldaten voll früh verfrügeln Indem wir tanzen Oh, wow Moin Das war ein ganz guter Move jetzt mal Das hat ordentlich, ordentlich reingehauen Jetzt sind es immerhin ganz viele Jetzt werden wir relativ schnell auf 300 kommen Das ist ja schon mal was Aber wir müssen halt die Missionen machen Allein schon für die Belohnungen Ich glaube, da war Kochsamen dabei Und so Zeug So, jetzt brauchen wir wieder eine große Menge Und dann tanzen wir wieder eine Runde Ja, hier, perfekt Zack Auf geht's Ja, dann sind wir gleich durch Sehr schön Oh mein Gott, ey Es ist Das war's Ja, ja Ach, ich muss doch Impa besiegen Ja, gut Dann auf geht's Dann tanz mal Impa Zack Wow Ah ja Ging da das Z noch zu sehen? Nein, wir kriegen das Z nicht mehr zu sehen Impa geht vorher drauf Okay Toll Großartig Super Fantastisch Ah Aha Charaktere, auf die man gewartet hat Nicht Ja, hey Du hast neue Rasseln Kommen Aber hier Kochsamen Das war wichtig Ich hoffe, wir müssen nicht allzu oft Marones spielen Das war sehr unangenehm Das war sehr, sehr unangenehm Okay, also was haben wir jetzt hier alles so rumfliegen Über die Hebraberge Wobei, eigentlich hätte man jetzt auch Rivali nehmen können Rivali wäre auch ganz gut gewesen Oh, habe ich jetzt bei Link das Master Schwert ausgewählt? Habe gar nicht hingeguckt Ich habe gerade schön geguckt Wenn man das überhaupt schon auswählen kann, ich habe jetzt nicht hingeschaut Wir werden es gleich sehen, wir werden es gleich sehen, was wir haben Ja, wir haben es, nice Achso, das ist mein Roboter Okay, wir geben dich zum Ziel Alles klar Das war die falsche Richtung Das auch Ach, ich laufe da oben los Ich bin blind Ja, alles gut Ich laufe da oben los Hier, schmeckt mein Master Schwert Wir haben jetzt noch überhaupt keine Schnitte mehr dürfen eigentlich Also eigentlich dürft ihr jetzt überhaupt keine Aua So, hier Zack, 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 zack Und jetzt gibt es ordentlich auch die Mütze Hui Sehr schön Gib mir alle Materialien Ah, ich muss ein bisschen auf Zeit gucken, ne Ich muss ein bisschen Gas geben Oh, ist der Boss hier denn ein Eis-Dings von denen? Wäre denkbar Ah, diese dummen Dinger Ich wollte es abwehren, aber Too slow Okay, zwei Stück, die kriegen gleich die Macht des A's zu spüren Ab geht's Das war nicht, was ich wollte Habe ich beide getroffen? Was zur Hölle hat das den Schwert Ist eine Reichweite Sick Not bad Oh, da ist noch einer aufgetaucht Ja, mein Tor hat sich geöffnet Ja, auf geht's Geöffnete Tore, beste Tore Oh, guck mal So viel Zeit muss sein Zack Sehr schön Okay, wir gehen aber kurz hier ans Ende Einfach nur, um zu gucken, ob da was ist Nö Na, dann ab zum Ziel Sind wir ja schon da Ich sehe das Problem jetzt nicht wirklich Guck mal, da ist noch das Ziel Das war schwierig Ach, ein Leune Ein Leune müssen wir jetzt noch bekämpfen Ja, na gut, meinetwegen Dann kämpfen wir halt noch gegen eine Leune Das ist natürlich jetzt doch ein bisschen Aufregender Zack Aber, oh ja, wir machen ordentlich Damage Ja, aber auch Wait, hab ich Ich hab Wieso hab ich so wenig Äpfel Das hat ja nicht funktioniert Ich wollte eigentlich ausweichen, aber gut Ausweichen wird halt überbewertet Das sah brutal aus Ach komm schon Nice, jetzt hab ich ihn erwischt Immerhin Und Ab dafür Das war's Nice Keine Ahnung Das ist das einzig, was Sinn ergibt So Ich hoffe, man hört es gerne nicht die ganze Zeit Ah, da taucht was Neues auf Okay Wir bleiben erstmal in dem Bereich Aber hier ist alles aktuell getan Sehr gut Dann gehen wir hier runter Da haben wir was zum Freischalten Fehlen uns drei Irgendwas Da haben wir was Mysteriöses Verschwinden Okay Aber wir gehen einfach direkt rein So was soll's Aber Ani, kurz Lasst mich mal ganz kurz gucken Ob wir hier noch genug Platz haben Das ist Warum ist das Ach, verrostet Ich denke, wir haben genug Platz Ich glaube nicht, dass wir jetzt waffentechnisch hier alles voll werden Vollkriegen werden Aber ich muss langsam wieder Waffen verbinden Ich seh's ja Ich seh's ja Mal schauen, was das mysteriöse Verschwinden ist Vielleicht verschwindet ja meine Müdigkeit auf mysteriöse Art und Weise Das wäre doch was Es wäre doch fantastisch So Mein Gott Mysteriöses Verschwinden Unterstützen die Truppen des Hyrule Hauptmanns Ja Also im Endeffekt Wir hauen einfach drauf Und räumen hier alles weg Was wir wegräumen können Schwupps Easy Easy Jo, wie viele hier einfach sind, ne Hui Sehr schön Also da drüben ist der erste Abschnitt Gehen wir mal rein Und hauen die weg Weg mit dir So, das war Nummer 1 Ah, das ist noch einer Ja, ho, ho, hi Na, jetzt Bis hier halt an Der ist weg, bevor überhaupt sein Schild bricht Wow Wendet ja gar nichts mehr aus Zack So, jetzt haben wir aber den ersten Abschnitt So muss das Dann Darüber Falsche Richtung Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe Darüber Hä Wo muss ich da hin Geht es hier irgendwo rein Ach, hier Hallo Na Das hat nicht funktioniert Sehr gut Hui Und weg mit dir Okay Ate Gruppe Haben wir noch Ja, ja. Ja, ja. Abflug Versteht es richtig, dass der Hauptmann, der Hyrule Hauptmann, der Jäger war? Und das jetzt so ein Hinterhalt sein soll? Nein, well Ist das das mysteriöse Verschwinden? Der Hauptmann verschwindet und der Jäger-Typ taucht auf? Wow Das war's einfach schon Okay, ich habe alle Soldaten unterstützt, ja, Mensch, toll Ah gut, man hätte vielleicht, ich bin blöd, man hätte vielleicht den Text lesen sollen vorher Da steht ja jeweils immer, oh, vier Waffen hat es dazu gegeben, das war sogar knapp Aber da stehen ja immer ein paar Geschichten dazu dort Ich bin, ja, sorry Ne, weil in Missionen stehen ja immer ein paar Geschichten dort Wahrscheinlich hätte man da herausgefunden, was das Verschwinden war Ich habe nix gelesen So Oder steht ja überhaupt gar keine Geschichten, ich weiß es nicht So, hier stimmt zum Beispiel Geschichten drüber Da irgendwie nicht Oder muss man da auf Schlachtinfos Schlachtinfos X Ah, da wäre dann die Okay, okay Gut, 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 gut Das geht immer noch nicht Das geht immer noch nicht Ah, war Router steuern als Titan Ja komm, das zieht man noch durch Das zieht man noch durch Noch mal die Titanen Mission, warum nicht Warum nicht Das geht immer noch nicht Ich glaube, ich nehme echt nur den einen Part jetzt auf. Ich schlafe einfach gleich ein. Das ist gerade nicht gut. So, was ist meine Mission? Nicht, dass ich wieder Quatsch mache. Einfach nur 4000 Gegner besiegen. Okay. Oh, diese Musik dabei ist einfach immer so genial. Jetzt ist er weg. Ah, da ist doch noch einer. Wait, wie mache ich das kaputt? So? Ah. Ich habe es vergessen einfach, sorry. Ich habe es einfach vergessen. Die Pausen sind weg. Ich will ein bisschen langsam, kann das sein? Ich kriege die da nicht, oder was? F. Ich bin viel zu langsam. Was ist los? Ich hänge hier irgendwo fest. Ich weiß nicht, wo ich festhänge. Das war's. Ich glaube, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich glaube, ich bin ein bisschen. Ich bin hier. Ich weiß nicht, das scheint nicht so ganz das effizienteste gewesen zu sein. Ja, aber es fehlen halt noch vier auf die vier... Wait, da gehen noch mal richtig viele hoch. Ich krieg noch gerade ganz viele Gegner rein. Oh, es reicht aber nicht. Es reicht nicht. Okay, noch mal ein bisschen schneller. Das ist eine sehr kurze Mission. Ja, ich muss ein bisschen schneller sein. Ich habe es kapiert. Oh-oh-oh. Oh-oh! So, jetzt war es für die Maske weg, hört sich doch schon deutlich besser aus. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Hier hatten wir vorhin schon nur noch eine Minute, ich weiß gar nicht, was da los war. So ist das schon viel effizienter. Ich will noch ein bisschen weiter kommen, bevor ich A einsetze. Noch ein bisschen, ein paar Schritte noch. Ich habe das Schild die ganze Zeit vergessen, scheiße. Das fällt mir jetzt ein bisschen spät ein, na, ich weiß. Das ist mir jetzt ein bisschen spät eingefallen. Das ist doch noch so, dass hier ein Schild kommt. Dass ich sowas habe. So, 500 noch. Es sind dann noch mal ein paar gefährliche, da sind noch mal ein paar, äh, es sind noch mal ein paar gefährliche. Jetzt aufpassen. Weil ich habe nicht mehr so viel Energie. Ich hoffe, das reicht. Er hat zehn Stück noch. Oh shit, okay, machen wir es so. Zwei Stück noch. Ja, danke. Ich wollte schon sagen, wo sind die denn? Wo sind die denn? Da waren sie. Okay. Nice. Dann gehen wir mal Waffen verbessern. Was willst du von mir? Ja, da will ich auch hin. Master Schwert. Kann ich eigentlich das Master Schwert verwenden, um zu... Nein, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Das wäre, das wäre crazy gewesen. So, also das will ich verbessern. Ich denke, wir haben das wirklich gleich. Wir hauen den Bummer da gleich rein. So was soll's, warum nicht? Yo. Das Übungsschwert macht gutes, gutes, guten Zusatz hier. Ja, cool. Kostet tausend aber jetzt schon. Also, jetzt wird das verbessern immer teurer. Das betrifft auch Bono. Ach so, soll ich das Übungsschwert behalten? Ja, komm, wir behalten es mal. Wenn die da schon extra nachfragen, sollte man es vielleicht nicht machen. Dann machen wir das so. Ach, da fangen sie nicht nach. Also, da war jetzt keine Bonuswaffe. Das Übungsschwert war die Bonuswaffe. Na ja, dann behalten wir das halt. So, warum nicht? Warum nicht? Okay. Eine Lanze würde ich lassen. So für Lanzen-Missionen. Einen Zweihänder würde ich lassen, aber dann nehmen wir den Hammer als Zweihänder. Ups. Yo, da geht noch eine Option drauf. Sehr cool. Sehr schön. Okay. Wie sieht es bei den anderen aus? Na, der Platz reicht noch eine Weile, weil das Ding ist ja auch, ich habe nicht so viel Geld jetzt, ne? Ich kann nicht alle verbessern. Da ist noch genug Platz. Da ist noch genug Platz. Und ich bin ab jetzt halt mit Impa noch überhaupt gar nicht gekämpft. Da wird es langsam auch eng. Da ist noch genug Platz. Na, da redet man nicht drüber. Bonus, ey. Geheim. Okay, so. Entschuldigung. Oh mein Gott, ey. Haben wir das gemacht? Eine, eine kurze Kaufmission vielleicht noch hier. Das geht auch nicht. Oh mein Gott. Ist irgendwas noch, wo ich ganz schnell was freischalten kann? Das ist auch nicht möglich. Okay, scheinbar gibt es nichts. Aber es gibt viele kleine Missionen, die man spielen kann. Die würde ich dann immer noch beim nächsten Mal angehen. Das sind hier, guck mal, überall kleine Missionen. Die würde ich erstmal alle machen, bevor wir weiter in die große Mission gehen. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Nächstes Mal mehr kleine Missionen. Und vielleicht ein nicht ganz so müder, Connel. Tschüss.